Wie schaut es jetzt aus mit euch? Zwei kurze hätte ich noch. So, da waren jetzt auch eine zwei kurze. Schaut, dass ihr zu vorn bringt. Ja, geht's noch? Was ist denn das? Wir wollten doch heim fahren. Na, du hast dir gesagt, ein Bier darf ich noch trinken. Na, trink ich auch noch eine. Ein Bier, bitte. Zum Wohl. Also, ich kann machen, was ich mag. Die Weiber lassen mich alle abblitzen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also, ich hätte da schon eine Idee. Ja, was denn? Vielleicht ziehst du einfach einmal ein anderes T-Shirt an. Meins? Nein. Ja, das kommt ein Flugzeug. Ja, das kommt ein Flugzeug. Ja, das ist ein anderes T-Shirt. 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 Herr Pfarrer, die dürfen schon zusammenleiten. Wo? Ja. Jawohl, genau, meine Herren. Zusammenleiten ist eine gute Idee. Was die anderen kennen, das können wir schon angehen. Grüß euch. Grüß euch. Grüß euch. Gut, dann suchen wir sie gleich einmal. Geh ich dann nache mit Archi? Mhm. Das mach ich auch. Na, da geh her. Eine Archi hat doch jeder. Ja. Hör damit. Hör damit. Nimm mal den. Sag einmal, kannst du ja nicht einmal woanders sitzen? Das stört mich, da wäre ich nervös, wenn du da hinten reinschaust. Tut doch gar nix. Bitte. Ich verspul schon nicht dein ganzes Geld. Gut. Da müssen die aber auch gehen. Super, Hansi. Echt super. Super. Das heißt, wenn wir uns Runden spielen. Und wer ist aber drauf gekommen, dass sie mit uns am Geld spielen? Du, das war halt deine Frage. Komm, mit drei Großhainer vorlaufen. Riese. Vierschlaps. Geht auf mich. Die Bayern-Komödie wird unterstützt durch die Pagate-Landbrauerei Schöndraub.